so nach pause sind wir wieder zurück und werden heute mal etwas weitermachen wir werden erst mal fix handeln gehen im anschluss wir brauchen auf jeden fall noch einen kamenickel ja genau und die nacht hat gerade angefangen was wir danach machen werden ist wir gehen ein wenig auch entdeckungstour da ist ein zombie gespawnt tut mir leid zombie dass du gestorben bist gut mir leid ja ja wie gesagt wir gehen dann kurz handeln jetzt bringen wir mal fix die nacht zu ende und wenn wir gehandelt haben werden wir uns mal schon mal das portal sichern ja also quasi das endportal das heißt wir können dann schon mal gucken was wir alles brauchen das ist ja was drin oder schein zu gehen schein zu gehen das ist ja So, zack, Rinder mit, zack, Rinder mit, und zack, Rinder mit, so, zack. Die Erfahrung holen wir uns natürlich, so, hm, ähm, wir bräuchten natürlich jetzt zweimal, eins, zwei, zwei, so, 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 genau, passt, äh, so. Jo, wir haben jetzt natürlich, da haben wir eigentlich unseren Crafting Table gelassen. Oh, ist der Arma, hackt's oder was? Blödes. Mist, Vieh. Alter. Hackt oder was, ja, hä? Gibtige, vier und dreimal, das haben wir, wir haben Papier, weiße Wolle, Sandkabel, ja, okay. Okay, das muss noch wachsen, gut. Okay. Okay. Ähm, sieben Melonen, sechs Kürbisse. Hm, okay. Tag. Na, wächst hier nochmal was, oder nicht? Ich hab da eigentlich genug Knochen mehr, um das Wachstum zu beschleunigen. So. Nein. Nicht Kürbiskerne. Ja. Okay, okay, okay. Okay, da ist ein Creeper, den muss ich erstmal abschießen. Oh, das ist sogar Zweier. Weg, weg, weg. 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 Ach, ich glaube, das war da, hier, okay. Den nehmen wir gleich mal mit. Ähm. Alles da, ja, alles, jo, gut, alles schick. Okay, so. Okay, damit können wir erstmal los. Damit können wir jetzt fix abhauen. So. Ja, machen wir natürlich erstmal ganz... ...fix Papier draus. Äh. Äh. So. Ähm. Okay. So. Ja, ich habe jetzt zwar ein bisschen zu viel einstecken, aber egal. 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 Los. Nix viel los hier. Nix viel los. Oh, was, Level 42. Ja. Wie gesagt, handeln. Und danach geht's auf zur Expedition. Also, wir müssen dann doch schon ein Stückchen laufen. Heißt, wir werden uns dann auch wieder ein... ...Portal bauen. Ein jeder Portal. Und dann werden wir mal gucken, wo wir hier rauskommen. Hm. 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 Okay, nix. Ich renne mal fix. Um mein Leben. So. Ja, muss ich eventuell nochmal ein bisschen nachbessern. So. Ach, da ist... Wie viel habe ich? 22. Ähm. Verlichtern? Hab ich nicht... Hm. Ach. Egal. Egal. Lassen wir das mal am Leben. Das scharf. Wir lassen es am Leben. Gut. Ich glaube, ich werde wohl die Folge nochmal als reine Handelsfolge lassen. Und in der nächsten Folge gibt es dann diese Entdeckungsfolge nicht. Halt. Halt. Ich brauche erstmal... Oh, 25 Mal. Hm. Oh. 25 Mal. Hm. Hm. Oh. 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 20 habe ich. Cool. Ja. Oh. 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 Was hat der hier? Oh. Ah. Einmal so. Wo haben wir den anderen? Ja, ja. Guck mich nicht so dumm an. Wir werden den anderen haben. Wo ist der andere Geistliche hin? Wo hat er sich versteckt? Da ist der Schäfer, oder so. Ja, Klappe halten. 24 Papier. So, was hat der hier? Fluch, Fluch, okay. Ähm, 12. So, kann man nicht mehr, kann man nicht mehr, jo, genau, mach dich weg, will durch, was da, so, hier ist Poppen, hier ist Kerner, so. Ich hab doch hier unten welche. Ist der? Wo ist denn der andere, den ich, ach so, der hatte nix gescheit, zwar. Ich wollte ja den hier leveln. Okay. Hm, nochmal zu hier, was hast du jetzt, oh, ne Hasenfote, yeah, ne Hasenfote, so. Hm. Hm. 13 hablich, reicht das? Hm. 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 Natürlich nicht. Hör mir an. Wo ist? Hm. 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 Kartoffeln, ich bräuchte noch drei Kartoffeln, hat er ja welche? Hat da fast gerade hier noch. Ja, hat er, hat der. So. Oh, genau. Oh, ich brauche noch eine Kartoffel, brauche ich noch. So, komm. Na kommst du. Ja, mach's gut. Wo ist Schäfer? Schaf, okay. Ja, war da noch so ein anderer blöder Geistlicher. Wo ist da hin? Wo ist... der ist da drinnen. Da hinten ist noch jemand. Den suche ich mir mal. Hm, was ist das hier? Hm. Alter, willst du mich verarschen? Ach, hier. So. Ja, los, kommt, 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 kommt. Ja, na. Graue Wolle, ey, seid ihr dumm? Oh, was. Die Bähnen sind trotz, die kann ich vergessen. Und der hier? Ist genauso nutzlos. Den hier. Oh. Den? Gewelle? Okay. Oh, okay. Los, Level auf. Ja. Ja, ja. Enderpeer. Enderpeer. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Wie geil. Ich hab's. Oh. Yes. Yes. Ich hab's endlich geschafft. 23 Papier. Ich hab hier viermal Papier. Drei Bücher. Für eins Maragd. Hm. Enderpeern. Oh, meine Fresse, ey. Yes. Yes. Also, Leute, okay. Kurze. Kurzum entschieden. Ich brauche noch ein bisschen Stuff. Also, ich brauche Kopfdöffeln. Auf jeden Fall. Kopfdöffeln. Ach, verdammt. Wo lobe ich denn eigentlich lang? Bin ich total besoffen, oder was? Was? Was denn? Kühe? Hm. Und. Jawoll. Ah, komm. Alter. Blöde Kuh. Spinnst du, oder was? Und. Mhm. So. Wir gehen also jetzt wieder zurück. Ja, ist noch eine Kuh, die... Zack. Ähm, ja. Da war auch noch eine Kuh. Ah. Wir müssen erst mal hier... Ich glaube, wir müssen... Äh, sag mal. Hier ist der... Dings nicht. Also... Da ist der... Ich glaube ja nach rechts irgendwie, oder? Aber. Alter Creeper, du spinnst wohl. Ich ergeben ja schon wieder richtig auf den Senkel, ja. Okay. Na, brenn du Scheißvieh. Oh. Ach. Na komm. Oh. Wo ist das Tor? Hier ist das Tor. Oh. 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 Ah, komm, zu! Komm! Los, komm! Ja! Na, das ist noch ein Schlag! Na, das ist noch einer! Jawoll, Enderperle! War ja nicht noch so ein... Einer von der Sorte? Nee! So! Gut! So! Jetzt müssen wir aber wirklich Dings wieder finden! Ja! Jetzt ist das... Boah, so! Oh! Ähm... Ähm... ... 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 Ja, jetzt immer richtig, jetzt immer richtig. Mann, du blöde Spinner. Mann. Dreckspack hier. So, komm, weg mit dir. Mann. 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 Okay, so. Okay, so. Okay, so. So. Also, wir brauchen eine Bock. So. Das heißt, wir holen uns jetzt das Zeug, das wir noch brauchen. Das heißt, wir könnten uns theoretisch, ja, machen wir die Folge noch mal ein Stückchen länger heute, holen wir uns die ganzen Enderperlen, die wir brauchen. Ja, das ist praktisch. Sehr gut. Sehr gut. Yes. Was heißt, wir brauchen... Oh, schon wieder hell. Okay, so. Weiße Wolle scheinen wir nicht zu brauchen. Hm. 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 Hier. Das Schwarzpulver. Die Fäden. Was brauchen wir drüben? Ja. Genau. Wir gucken mal, was hier unser Glas macht. Nachts dann... Können wir quasi noch... Jo, nochmal Glasflaschen gemacht. Sehr schön. Und das läuft! Werden wir erstmal hier ein bisschen aufräumen. So. Und zwar, wir brauchen... Einmal das. Das kommt da hin. Das kommt dorthin. Wir haben das und das. So. Acht an der Augen haben wir schon. Jo. Das sieht gut aus. Das mal so und das da hin. Papier und Bücher bräuchten wir noch. Ich nehme mal ein bisschen. Schwungkraft, Stärke. Das ist eigentlich jetzt nicht, was ich will. Effizienz, Haltbarkeit und Glück. Mal gucken, was habe ich in der Effizienz. Stärke, Schutz. Drei habe ich zweimal. Atmung. Zwo. Federfall, Diamant-Helm. Ach, hier haben wir einen Stiefel. Hm. Das ist jetzt eigentlich nicht, was ich brauche. Hm. Hm. So. Ähm. Buch. Hm. Okay. Gut. Okay. Nun ja. Wir machen mal so. Bann-Haltbarkeit. Haltbarkeit 2. Hm. Das mal. Effizienz behutsam. Behutsamkeit. Alter, wollt ihr mich verarschen? Effizienz. Ich habe ja mal drei. Ich habe einen Schwert mit Schärfe. Rückstoßbahn, Haltbarkeit. Atmung hatte ich nicht irgendwo noch. Haltbarkeit. Glück 3. Behutsamkeit, Effizienz. Warte mal, was war denn das? Ich bringe ihn mal glatzen. Ach so, Behutsamkeit mit 2 war. Effizienz 4. Effizienz. Effizienz. Hm. Haltbarkeit 2. Und Pfann. Effizienz. Angel, Haltbarkeit, Glück des Meeres. Atmung. Hm. Diamanten. Oh, auch nicht. Ich habe nicht. Hätte ich nicht noch irgendwo eine Axt. Eine Axt. Eine Axt. Muss ich nicht irgendwo noch eine Axt machen? Äh. Hm. Äh. Schwinner. Mann, Pfeil. Mann, die Klappen. Innerhalb des Maul. Wie nervst. Diamant hat der. Mal gucken, was wir machen können. Ähm. Jo. Genau. Genau. Ja. Ich brauche Eisen. Ich brauche Eisen. So. Eine Axt. Warte mal. Ach. Ich bin noch. Ich bin noch total blöde. Ich mache mal jetzt eine Jammaten. Eine Axt. Und die Spinne nervt richtig gewaltig. Das gefällt mir gar nicht. So. Eins, zwei. Und eine. Diamant Naxx. Haben wir. Effizienz. Vier. Wutsamkeit. Hm. Glück. Zwei. Haltbarkeit. Drei. Effizienz. Vier. Durchschuss. Brauche ich nicht. Schwungkraft. Schuss sicher. Ne. Eine Diamant-Hacke. Effizienz. Effizienz. Haltbarkeit. Effizienz 2. Und Effizienz 4. Das könnte doch was werden. Stärke. Effizienz 4. Habe ich schon. Effizienz. Was hat eigentlich meine Axt? Ist auch Effizienz 4. Warte mal. Effizienz. Schutzstärke. Effizienz. Hier könnte ich natürlich. Nicht auch drauf. Knallen. Auf die Hacke. Ne. Hey. Wieso habe ich hier eine Hacke? Hä? Hinten. Effizienz. Haltbarkeit. Atmung. Effizienz 4. 2. Haltbarkeit 1. So. Was haben wir hier? Stärke. Harpune. Stärke 3. Was können wir damit machen? Stärke 3. Was können wir damit machen? Dann Harpune. Was haben wir? Schutz. Schutz. Stärke 4. Atmung 2. Ich guck mal. Ich guck mal, was es hier gibt. Sorry, wenn die Folge ein bisschen... Es geht bei mir. Chaotisch. Haltbarkeit. 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 Glück des Meeres. 2. Mit Haltbarkeit. Haltbarkeit 3. Ja. Stärke 4, Sorg 1 Ja, wir verzaubern nochmal ein bisschen Sorg 1 Ich glaube das ist für Harpune oder so Stärke Hier könnte man noch mal gebrauchen Schnellladen, ne Schutz Explosionsschutz Hier, Lizenz 4 Haltbarkeit 3, Stärke 4 Okay, das soll reichen Glück des Meeres 2 Haltbarkeit 3 Glück des Meeres 3 So, Atmung Effizienz Effizienz 4 Haltbarkeit 3 Haltbarkeit 3 Stärke 4 Stärke 4 Mal das zusammen kombinieren Jo Stärke 5 Wohl Ich lass das erst mal Stärke 4 Effizienz 4 Effizienz Haltbarkeit 1 Ach, die Entzaubermann wieder Happy Hands 2 Haltbarkeit 3 Okay Okay Ähm Genau Ähm Erstmal dorthin Papier und Bücher So Ja Okay Es wird wieder Nacht Kann sein, dass jetzt schon wieder An Promis kommen Je nach Dem Ich sehe schon wieder so einen dämlichen Zombie Mach dich weg Na Ähm Hasen könnten wir eigentlich noch jagen Wenn es dann wieder Tage wird Nicht Kreizen Hallo Ja Ähm Was zum Handeln Was zum Handeln Und das zum Handeln Hm So 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 Halt Wir sollen das hier hin haben Hm Hm Oh Wahrscheinlich ein Creeper Jawoll, Level Up. Oh, eine Invasion. Okay, ich würde sagen, ach los, die Nacht wird fix, es gibt jetzt Bock auf Kämpferei und andere Scheiße. Ja, früh abernten. So, wir holen mal den Sand hier raus, also besser das Glas. So, das sind 19. So, zack. Ja. Ähm. Oh, nein, ja. Ja, Enderman, du blödes, du blöder Bastard, du bist abgehauen. So, gut. Dann ist er weg. Egal. Wir gehen jetzt ganz fix abernten. Es müsste ja schon wieder was gewachsen sein, mittlerweile. Ja, das sieht doch gut aus. So. Also, wir brauchen vier Enderperlen, bedeutet vier Meilen, vier Smaragde. 16 Smaragde müssen wir erhandeln. Und das heißt... Das heißt also 16... Äh... Ja. Das heißt eine ganze Menge Koppeln und Beete, die wir brauchen. So, jetzt noch rote Beete holen. Hm. 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 Ja. Okay. Das reicht, glaube ich, noch nicht hier. Also, die Kartoffeln reichen auf keinen Fall. Ah, da müssen wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen was holen. Vielleicht haben die ja vor Ort noch mal was angesetzt, dass wir da noch mal was klauen können. So. Das kommt da rein. Einmal. Doch, ich glaube, zwei Smaragde sind sicher. Hm. 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 Wir bräuchten noch ein paar Kürbisse. So. Ja. Das sieht gut aus. Und ein bisschen Papier könnten wir noch gebrauchen. Ja. So. Ähm. So. Fünf. So. Hier nochmal. Fix. So. Eins. Dann kommt das erstmal wieder hier hin. Halt. Wir nehmen das noch mit. Und das wird zu viel. Schon wieder. Schon wieder viel zu viel. Also. Auf jeden. Auf jeden Fall ist das. Aber das ist notwendig. Es ist jetzt notwendig für den Fortschritt im Spiel. Ähm. Zack. So. Hm. Ähm. Drei. Ich glaube, vier Bücher. Und ja. Los. Ach. Los. Komm. Hm. Sechzehn. Ja. Eins. Drei. Vier. Fünf. Und acht. So. Das Leder wieder da hin. So. Okay. Los. Komm, ab geht er. Ab geht's. Ganz fix. Ah, leider habe ich keine... Ich glaube, ich werde mal am anderen Dorf dann... Nach dem Handeln wieder gehen wir zurück. Und dann ist die Folge beendet. Ich denke mal, da haben wir schon wieder eine knappe Stunde weg. Das wird auch wieder etwas zu viel sein. So. So. Mach dich aus dem... Nein, du blödes... Ich zeig ja, das ist doch nicht... Das ist doch hier nicht mehr normal. Das ist doch hier nicht mehr normal. Okay, so. Aus dem Weg. Das ist doch nicht... Okay, sag mal... Ja, das ist doch nicht normal. Was ist denn hier ein Fahrzeug unterwegs? Meine Fresse. Wieso kommt... Wieso wird's schon wieder Nacht? Wieso? 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 Ich guck hier auf den Scheiß. Ich guck hier auf den Scheiß. So, wo ist mein Bett hier? Nein, schlafe! Jetzt schlafe! Das knallt! Mann! 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 Ja, wo ist die Scheißkirche? Wo ist die Dämlich- Ach, weg! Komm, schau, doch. Das ist doch... Meine Güte, ja, das ist doch nicht normal. Mann, halt die Klappe! Halt doch das! Ey, wieso? Warst du das? Ja. Vier. 31 hab ich nicht. Hab ich nicht. Hab ich nicht. Was ist das? Hab ich nicht. Meine Fresse. Na, guck mich die so doof an. Was ist das? Fünf. Dreimal Melone. Mein Geh aus dem Weg, du Kloner! Knallts! Meine Fresse, ey. Das sind Endparten. So, steppen hier. Ey, das gibt's doch nicht. Sechs. Komm. Mann, mach dich weg! Weg hier! Blöder Sackrette, du! Ja, los! Warte! Ey, sag mal! Wo willst du hin, du? Du! Du! Wo sind die anderen Hirnis? Zum Handeln! Wo sind die? Da hinten ist was. Ach mein, das sind doch ein paar Schwachmatiker hier. Zack. Zack. Bücher. Ja, geh aus dem Weg. Arbeitsloser, oder? Ja, guck nicht so blöd. Wo war hier der Klon mit den Glasflaschen? Ich will diesem Hirnliebeck Glasflaschen haben. Wo ist das? Was ist das hier für einer? Ach ja, nein. Geh immer nicht auf. Guck mich nicht so an. Nein, guck nicht so. Alter, sag mal, wo wollen die hin? Wollen die sich in den Tod stürzen? Guck mich so. Ach, wie kann ich mich drauf ausschlauen? So, wo ist der Bibliothekar? Boah, dieser andere komische Freak. Da ist einer, da ist einer, da ist einer, da ist. Genau, geistliche Order. Faden. Faden. Ey, wieso bist du Schwachmatt jetzt weggehandelt? Sag mal, bist du doof, oder was? Bist du doof? Hm. Hm. Leck mich doch am Arsch hier. Leck mich doch am allerwertesten! Wo ist der andere hier? Ja, so. 3 okay papier kann man nicht machen bringt nichts also haben wir wieder ab 3 plus 8 waren 11 meister gehen wir nicht dass sie ja lässt mich doch zufrieden jetzt hier ja fliegt ich jetzt wieder zurück dann mache ich wieder folge aufschluss das reicht wo renne ich denn jetzt schon wieder lang ja hinten lang so los komm irgendwas zu verbrennen ja noch bin in auge und weg ja nicht wie weg ja muss zufrieden weg uuuh ok eine gasträne und die haben wir weg ja 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 und Oh Mann, dumm oder was? Ey, meine Fresse, ey, ich raste nochmal aus, ey, das ist doch nicht mehr normal. Wieso haben, ey, wieso ist das, ach, na los, komm in die Gänge, jetzt schwimm hin, du, bin, sonst knallt's, meine Güte, ja, das ist doch, na los, los, na, ich brenn die Scheiße ihn ja gleich nieder. Meine Fresse. Oh, okay, Zombies, los, komm, lauf hin, lahmarschiger Sack, oh, jetzt wird's schon wieder Nacht, oh, Mann, wie schnell wird denn das hier, Nacht? Das kommt unten hin, das kommt unten hin. Okay, Sack, 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 Sack. So, und Sack, Enter. Hm, achso, hm, ja, okay, 11, gut, das da oben hin, das da, das dazu, das ist das Zeug zum Handeln, so. Ja, genau, so. Schlafen und Schluss. Okay. 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 Okay.